Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Wir begrüßen euch heute zu einer weiteren Episode von WOW. Und heute bringe ich den Alex dahin, wo er hingehört, nämlich auf Alcatraz Island. In den Knast, genau. Hi. Wir haben uns diesmal im Vergleich zum letzten Mal so einen kleinen Überblick schon mal verschafft, wie die Gebäude von ihnen ausgestattet sind. Wer auch immer das gebaut hat, hat sich sehr viel Mühe gegeben. Es ist ein Franzose. An dieser Stelle muss ich auch sagen, dass es sein kann, vielleicht hatte ich das raus im letzten Video, aber es kann sein, dass ich mich da ein bisschen vertan habe. Was die Information von dem Erbauer anging, das war kein Master Miner oder Master Architekt, sondern das war der Rang. Ich habe mich da einfach verlesen, weil ich viel zu selten auf Planet Minecraft unterwegs bin. Und von daher habe ich da euch das letzte Mal einen falschen Namen durchgegeben. Ja, sehr, sehr peinlich. Aber es ist passiert. Menschen machen Fehler. Gut. Ja, gut. Ich stehe ja dazu. Also, jetzt mal so dieser Map hier. Also der Typ, der Erbauer, der hat eine ganze Insel nachgebaut. Also, das ist nicht nur das Gefängnis an sich, sondern auch sehr, sehr viele Gebäude drumherum. Beziehungsweise auch Straßen. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch das ganze Gefängnis. Ich habe keine Ahnung. So, ich fliege jetzt mal ganz, ganz hoch. Einfach mal, um zu zeigen, wie groß die Map ist. Das erinnert mich an, das, weißt du an, was mich das erinnert? An den Film Shutter Island. Man kommt hier mit dem Schiff an. Genau. Auf einer Insel, die total negativ behaftet ist, die irgendwas Unheimliches, was Mystisches hat. Und muss dann diese Insel hier erkunden und muss hier diverse Geheimnisse lüften. So kommt mir das hier gerade vor. Aber gut, Shutter Island mit Leonardo DiCaprio unbedingt anschauen, weil das einfach ein geiler Film ist. Wer den Film nicht kennt, der wird da bis zum Schluss auf Trab gehalten. Jo, jetzt ist es ja gut mit Schleichwerbung, ne? Okay, okay. Gut, ihr wisst, was ich so gucke jetzt für Filme. Ihr seht, wie groß die Map ist. Wir schauen uns jetzt mal diesen Hauptzellblock an. Das ist das Gebäude hier in der Mitte. Und dann sehen wir mal weiter, ne? Ja, was haben wir denn hier? Administration Building. Also das Verwaltungsgebäude oder wie? Gehen wir mal rein. Also ich weiß, hier war irgendwo eine Werkstatt. Ich habe da mal so eine Doku gesehen und da war halt eine Werkstatt und die haben in dieser Werkstatt, so hatten die natürlich Werkzeug, wer hätte es gedacht. Und immer wenn die Werder kurz weggeschaut haben, haben die von den Gitterstäben etwas, ein kleines Stück weggesägt. Und dann irgendwann war das Gitter frei für die. Und dann sind die, äh, sind die irgendwann, die Werder haben kurz weggeguckt und die waren dann plötzlich weg. Genau, da war nämlich damals ein Aircultrist, da war noch ein Fünfter, hätte noch abhauen soll, äh, wollte noch abhauen mit denen. Und der hat nicht durch das Loch gepasst. Also ziemlich peinlich, ne? Ja, wenn man sich im Knast, äh, voll frisst, ne? Boah, das ist so viel, wir können das gar nicht alles zeigen. Das würde ja dann zwei Stunden dauern oder so. Aber wir können mal so einen kleinen Blick reinwerfen. Waitingroom. Boah, also, er hat sich hier wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Das ist jetzt wahrscheinlich für den Gefängnisdirektor. Wo willst du das? Das ist der Colonel Winter. Also, ja, das ist ja... Ach, nee, jetzt bitte nicht. Ich habe ja schon kurz gesagt, du fängst schon wieder an mit Filmen. Du lebst dann so in deiner Traumwelt, ne? Ich höre jetzt auf, ich höre jetzt auf. Ich höre jetzt auf, über Filme zu reden jetzt. Du lebst in deiner Traumwelt, Alex? Nein, ich lebe in der Welt der besten Filme aller Zeiten. Und das sind keine 60er-Jahre-Filme, sondern... Das ist nicht, was ich durchmache mit dem Alex. Das könnte ich auch behaupten. Ja, ja, du. Ja, wir haben uns früher immer geschlagen. Aber ist auch schon ewig her. Ja, ich lasse ich jetzt mal hier alleine. Ja, ich schaute, der stärkere war. Control Room, guck mal hier. Die checken hier alles ab. So, wo ist der Metalldetektor? Hm. Ja, wo ist der Metalldetektor? Ich glaube, sowas gab es damals noch nicht. Was jetzt hier so sehr planlos und chaotisch wirkt, war wahrscheinlich genauso in dem Elkisches Gefängnis, dass alles so total verwinkelt ist. Denn das Gefängnis ist ja schon alt mittlerweile. Das Gebäude stand da auch schon, bevor das ein Gefängnis war. Und damals... Also das war irgendwie, keine Ahnung, 200 Jahre alt ist das hier schon, bestimmt. Ja, also wir können da noch reinhuschen und uns so einen kleinen Blick reinwerfen. Ich weiß nämlich, dass Alcatraz ein uraltes Kanalsystem hat, was total verwinkelt ist. Genau. Da gibt es keine Pläne dazu, weil das Gebäude schon so alt ist. Ja, wir sind hier im Knast jetzt, direkt in den Zellblöcken. Und da gibt es gar keine Hebel. Boah, das ist isolationshaft hier, ne? Warte, warte. Shit. So, ich mache jetzt mal einen Hebel hier dran. Ich gehe jetzt mal rein in die Zelle. So. Ist doch klar, dass du das tust. Ich kann auch nur nachts schlafen. Und jetzt mache ich mal Praktikum als Knasti. Solange du mich nicht mit Kacke bewirfst, ist alles in Ordnung. Ich lasse dich wieder. Also, ich habe hier ein Klo, ich habe ein Waschbecken. Wo ist meine... Ne, Moment, das ist zwei in eins. Das ist Klo und Waschbecken. Ach so. Doppelte Strafe. Ne, hier ist doch der Wasserhahn. Mach's egal. Auf jeden Fall habe ich hier sehr viel Raum, um mich bewegen zu können. Ich muss sagen, das wirkt schon ziemlich brutal in so einem Gefängnis. Ich meine, mit so vielen Zellen und dann drei Stockwerke hoch, da stapeln sich die Menschen, ja, ne? Also, was wir jetzt noch hier haben, ist anscheinend haben wir jetzt hier nur so ein Beleuchtungssystem. Äh, Lights on, off. Wollen wir mal... Hä? Ah, die gehen jetzt aus. Das war ich. Ah, das hat er cool gemacht. Guck mal, Alex. Er hat... Jede Zelle hat eine Beleuchtung. Das ist mal cool. Wow. Das wäre cool, wenn man alle... Wenn man jede Zelle öffnen könnte per Hebel. Per Hebelbetätigung. Das wäre cool. Warte mal, warte mal. Dann kommt hier unten ein cooler Wärter und der denkt sich, hey, lass ich mal frei. Warte mal, das kann sein. Ja, er hat's gemacht. Hammer nice. Hammer nice. Geiler Typ. Oh, Skagen, alle rauskommen, Essen fassen. Geiler. Geiler Shit. Geiler Shit. Also, ihr könnt das benutzen. Alcatraz ist einfach für den Server. Wenn ihr... Wenn ihr einen Knast haben wollt auf einem Server, wo ihr die User reinstecken könnt, ohne Rechte, ohne die Möglichkeit, irgendwas abzubauen, dann baut ihr einfach Alcatraz und steckt die hier rein. Und dann, wenn es mal Essen gibt... So was ist ja alle auf. Nee, aber das ist wirklich cool. Also, wir haben hier auch drei Blöcke. Hab ich grad gesehen. Block A, B und C. Und wir haben auch einen Aufgang, wo man da hoch und runter kommt auf die Plattform. So, was wir jetzt noch machen, Alex, ist, wir schauen uns noch die restlichen Gebäude an. Denn ich hab gesehen, da gibt's anscheinend noch so ein Kohlekraftwerk oder so. Aber komm mal mit, komm mal, äh, porte dich mal zu mir, weil ich hab da gesehen, da geht's noch weiter. Und zwar in die... Ah, nee, da bist du ja. Ja, da bin ich, genau. Ja, da bist du, genau. Guck mal. Hier, das hab ich gesehen. Control Room. Da geht's noch weiter. Alter, ja, das sind wir hierher gekommen. Das sind wir hergekommen, genau. Gut, gut, dann komm mal wieder hier raus. Dann fliegen wir einfach... Nee, 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 Quatsch, komm mal mit. Ich hab hier nämlich, als ich vorne bei den Blöcken war, dann war das auf dieser Seite hier. Ich hab da nämlich irgendwas gesehen. Und zwar... Du gehst da weiter. Genau, hier, porte dich mal zu mir. Hier geht's weiter. Nee, bin doch jetzt bei dir. Bist du bei mir? Ich seh dich gar nicht. Und auch hier wieder... Ah, okay. ...tritt wieder diese Dunkelheit zutage. Also es ist sehr, sehr dunkel hier an einigen Stellen. Kann man sich gut verstecken als Knast hier? Genau. Wenn man mal nicht in seine Zelle will. Wenn du einen schwarzen Overroll an hast, dann geht das ganz gut. Shower Room, Alex. Komm, da gehen wir hin. Wo? Wo ist die Seife hier? Ah, guck mal, da unten ist er. Hier. Der schlimmste Raum für einen zierlichen Knasti. Oder für einen Kinderschänder. Ja, das ist hier die Mensa. Also hier sind immer die Schlägereien, ne? Wenn die Leute essen und irgendwie der eine klaut dem anderen eine Pommes und dann fliegen die Tischestühle. Das sind doch die geringsten Probleme, die die haben, ne? Die Werther kommen oder Spider-Man kommt und zieht einem das Blech weg, oder? Oh, das hier ist die Küche. Sehr schön. Wir haben hier auch genügend Fritteusen, Alex, wie du siehst. Nee, das sind alles Waschbecken. Siehst du an dem Hahn. Nein, da läuft das Fettenswasch weg. Nee, ich weiß. Nee, was haben wir denn hier? Warum läuft der? Ich glaube, das Abwasser spielt da eh keine Rolle. Weil das eh alles ins Meer läuft. Genau, ja. Ich weiß auch, dass die Toilettenspülung, und das war auch der Grund, warum man Alcatraz irgendwann, warum das irgendwann kein Gefängnis mehr war, weil die Klospülung und alles hat mit Meerwasser funktioniert. Und dieses Meerwasser ist halt salzig und das hat das Gemäuer mit der Zeit total kaputt gemacht. Und auch die Stäbe, beziehungsweise das Metall im Gemäuer. Und irgendwann konnte man da ganz einfach ausbrechen. Was wir jetzt noch haben, Alex, ist, man sieht hier schon den Kamin mit dem Rauch. Das bedeutet, irgendwas wird hier drin gebrutzelt, beziehungsweise verbrannt. Ah, also irgendwo war hier ein Schild, dass es ein Kohlekraftwerk ist. Das steht jetzt hier aber nicht dabei. Steam, Caution, Hot Surface, heiße Oberfläche. Aber sehr schön gemacht. Hier steht irgendwo, hier steht dabei, dass es eine Kale-Turbine ist. Keine Ahnung, was Kale ist. Ja, Kale-Turbine. Das ist, das könnte, weißt du, was das ist? Ich glaube, das ist ein Kraftwerk, ganz einfach. Ja, habe ich ja schon gesagt, ein Kohlekraftwerk. Ja, 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 genau. Und die fördern das, ah, hier ist erstmal ein Control Room, ähm, die fördern das über, über den Boden. Also deswegen haben die unten das Schiedenssystem. Genau, das ist, das ist ziemlich cool. Absolut plausibel, perfekt. Ist hier auch Kale-Level. Das muss so sein, irgendwo muss, äh, die Insel ja auch den Strom herkriegen. Ach, da war doch, irgendwo war da ein Raum, warte mal. Irgendwo war doch ein Raum mit Kohle. Ich war hier nämlich vorhin kurz drin, und da habe ich das gesehen, aber weiß jetzt nicht mehr, wo das war, wo genau. Das ist auch so verwinkelt hier. Findet man gar nichts mehr. Boah, also es ist echt viel. Also, es ist echt viel. Da stecken, äh, Monate drin an Arbeit. Das kann man, ich, äh, ich habe hier die Kohle. Komm mal, port dich mal zu mir. Ah, ich sehe dich, warte. Genau, genau hier. Ja, und von hier aus, man sieht hier, es ist fließbar, wo die Kohle, äh, wo die Kohle hier weitergeführt wird, und kommt halt da unten in den Brennraum. Okay, zu guter Letzt die Werkstatt, und dann, äh, ist es auch schon gewesen. Also bisher wirklich sehr außen. Das ist gut, ja. Fünf von fünf Sternen bisher. Wirklich sehr, sehr gut. Hier ist jetzt auch wieder nicht so viel, denn das ist ja ein Gebäude, das steht so ein bisschen im Abseits. Und ich glaube, da hat er auch vielleicht einfach keine Lust mehr gehabt, ne? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht... Ansonsten ist das sehr mager ausgestattet, also gucken wir uns da, glaube ich, gar nicht näher an. Aber es müsste die... Doch, doch, hier ist die Werkstatt. Ah. Das, äh, ist die Werkstatt hier. Dadurch ist der Retter in der Not. Ja gut, da waren wir ja schon vorhin, oder? Ne, 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 hier waren wir noch nicht. Das sieht so aus. Und ihr seht ja auch hier... Behindertenwerkstatt. Die Werkstatt, wir haben hier die Werkstatt und hier sind direkt die Fenster und das waren halt im Original Gitterstäbe und wenn die Wärter ihre Runden gedreht haben und die haben kurz nicht hingeschaut, haben die hier gesägt und das so lange, bis, äh, bis das irgendwann durch war und dann sind die im Prinzip da raus ins Wasser und sind davon. War halt so ganz interessant. Also Alcatraz hatte schon, äh, Schwachstellen. Ansonsten war es das von uns. Ihr findet den Link zu dieser Kreation der Videobeschreibung. Der Link führt euch zu Planet Minecraft. Da haben wir das gefunden. Genauso auch wie das, wie das letzte. Wow. Nämlich die, diese ISS. Sehr, sehr toll gemacht. Also hat mich begeistert. Und ich glaube, dem Alex geht's genauso. Ja, definitiv. Das steckt sehr viel... Ja, davon. Steckt sehr viel Mühe drin. Sehr viel Detail, sehr viel Liebe. Wirklich ganz, ganz große Klasse. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr das so findet. Und was, äh, was... Natürlich könnt ihr auch Vorschläge posten, was, äh, was ihr vielleicht gefunden habt. Oder beziehungsweise ihr schreibt uns eine Nachricht mit einem Link zu diesem Projekt und dann gucken wir uns das an. Und wenn das extrem cool ist, zeigen wir das auch. Ansonsten war's das von uns. Wir sagen Tschüss, bis zu einem anderen Video. Ciao. Tschö. 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 Tschö.